Moin alle, ich will dieses Interview in Deutsch machen, aber im Moment ist mein Deutsch nicht so gut. Ich muss schnell lernen, aber es tut mir leid, ich muss Französisch machen, ok? Ich fühlte mich so richtig herzlich willkommen in der Stadt hier in Bremen. Die zwei Wochen, die ich mit der Mannschaft verbracht habe, die haben mich auch so toll angenommen. Es war meine Entscheidung, hierher zu kommen, in Bremen zu kommen. Ich wollte mich an Fußball konzentrieren. Die Entscheidung habe ich vor sechs Monaten zusammen mit meinem Agent getroffen und ich freue mich echt so hier zu sein. Man muss nicht vergessen, dass Werder so eine richtig historische Mannschaft, Traditionsmannschaft hier ist in Deutschland, in der Bundesliga. Viele Stars, viele tolle Spieler haben hier gespielt, zum Beispiel so wie Özil und Diego, die haben echt so gute, sehr gute Sachen hier gemacht. Und meine Ambition ist auch so tolle Sachen hier zu machen und vielleicht so ein Stück Geschichte hier zu schreiben. Jede Saison, jedes Jahr so anders. Ich bin erst seit zwei Wochen hier, aber was ich bemerkt habe in den letzten zwei Wochen beim Training, es gibt viel Qualität in dieser Mannschaft, sehr viel Motivation. Und man muss immer träumen oder etwas Größeres so träumen und ich habe immer so gedacht. Aber was ich in dem Training, die Motivation, die Qualität, was ich da im Training gesehen habe, ich denke, wir sind auch gut für ein paar Überraschungen dieses Jahr in der Bundesliga. Und natürlich habe ich viele Angebote bekommen, aber die Entscheidung, hier zu kommen, habe ich so vor sechs Monaten mit meinem Agent zusammen getroffen. Warum die Bundesliga? Ich kenne die Bundesliga gut, ich habe dort schon gespielt und ich bin hier gekommen, um Fußball zu spielen, weil Fußball, ich liebe Fußball, das ist meine Leidenschaft. Und ich wollte irgendwo gehen, wo ich mich so wohlfühlen würde und wo ich mich so dann auf Fußball konzentrieren könnte. Also seit dem ersten Tag, als er so dann zu mir gekommen hat, angefangen, so mit mir zu sprechen, das ist ein richtig guter Kerl. Ein Top-Stürmer natürlich, aber er ist so da genommen, er hat mich so gezeigt, so ein bisschen so hier um den Stadion, so beim Training und so weiter. Er hat mich so richtig so als Freund genommen. Ich habe natürlich Gerüchte so gehört über seine Zukunft, aber das ist nicht meine Rolle, so ihm zu überreden. Ich denke, das sind die Rollen von den Direktoren. Aber ich möchte natürlich, dass er bleibt und wenn er bleibt, dann kann er etwas Großartiges auch für die Mannschaft bringen. Aber er wird bleiben. Naja, ich denke, so Vereine zu wechseln oder Stadt zu wechseln, das ist auch Teil unserer Jobs natürlich. Es gibt bei Liverpool so richtig viel Qualität, aber in den zwei Wochen, wo ich hier war, habe ich auch so sehr viel Qualität bei den Spielern gemerkt. Und was wichtig ist und was ich schon erwähnt habe, wir müssen so alles zusammen arbeiten und zusammen sein, um in der Bundesliga so etwas Großartiges zu erreichen. Ich bin nicht hier als Star gekommen, ich bin hier gekommen als jemand, der wieder anfängt, so Fußball zu spielen und ich will die anderen Elfen mit meiner Erfahrung. Und das ist auch wieder mein Ziel, alle zusammen etwas Großes in der Bundesliga zu erreichen. und für viele Möglichkeiten, das ist alles zu machen. Liste geht's. Bis zum nächsten Mal.